Hm, wenn ich jetzt als Set mache für Shadowgedönsplay, ruckelt's. Ja, vielleicht liegt's auch an dem Spiel, weil er sich hier nicht entscheiden kann, wenn ich hier auf irgendwas draufgehe, dann flackert der da unten ja. Also, willkommen zurück zu dem Let's Play mit Wir Dicken 1 Milliarde Gold bei Age of Empires 2 Definited Edition. Wie man sehen kann, bin ich jetzt auf 501 Millionen schon hochgegangen. Ähm, na jetzt geht's eigentlich. Also, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Sie hatten das ja schon mal erwähnt, oder ich, dass hier irgendwas mit der Zeit falsch ist. Ähm, ja, und wenn man sich das hier so anguckt, ja, vielleicht erkennt man's ja. Ja, jetzt vielleicht. Es hängt einfach. Es geht viel langsamer hoch, dieses Gold. Zack, 700, da, 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 3, 5. Jetzt hängt's wieder. Das darf ja nicht sein, weil ich hab ja Reliquien, die mir immer 1, 1, 1 bringen. Ich hab die Fai, wie werden sie nochmal ausgesprochen? Ich wechsle das hier immer. Die, äh, Fai Torias und natürlich hier das Handelsgedöns. Also, irgendwie, das, das Savegame ist irgendwie in sich vielleicht schon so voll, dass es immer langsamer wird, dieses Ziel zu erreichen. Ja, und dann noch dieser Bug hier, dass sie zum einen durch den Zaun konnten und dass sie aus irgendeinem Grund genau auf 1 KP diese Haupttürme runtergegangen sind. Es sieht aber nicht danach aus, nee, mehr weitere sind nicht kaputt gegangen. Also, dieses LP ist irgendwie ein bisschen gruselig, oder? Oder ein bisschen, ja, schon irgendwie strange. Ich würd' mal vorschlagen, aber es ist ja nicht so viel, das Gold hier, dass man das mit abholzt, bringt ja eigentlich auch nix. Man sollte halt mit der Kamera, wenn möglich, irgendwo sein, wo es keine Animationen gibt. So, und wir gucken uns das jetzt nochmal andersweitig an. Erstmal gehen wir auf Spiel speichern. Ich hab' ja auch mal ein bisschen aufgeräumt. Das wäre es. So. Ja, ich müsste mich dann auch nochmal informieren, wie viele Stunden das alte Savegame ging von dem alten Gold Digging. So, jetzt geh' ich auf laufendes Spiel beenden. Und jetzt gucken wir, wir sind bei 263 Stunden schon. Das ist schon echt enorm viel, ja. Also, ich lass' das Savegame jetzt halt auch schon über die Nacht laufen. Dafür mach' ich die Heizung aus. Dafür ist dann der PC an, wenn man jetzt mal ein bisschen auf das Klima achten sollte, oder das mal dazu erwähnen sollte. Ähm, ja. Ja. Es ist halt echt sehr strange alles. Ja. Und ich hab' jetzt erst die Hälfte erreicht, also müssen wir ja die Zeit nochmal nehmen. Mindestens. Und ich glaub', dieses Doppelte wird nicht ausreichen. Der wird weiter langsamer werden. Also, das wird knackig werden. Mehr als die Milliarde wird nicht möglich sein, weil das wird immer abgefuckter, dass dieses Savegame hier umso länger es geht. Ähm. Ja, hier sieht man das auch nochmal, wie ich es mal erwähnt hatte, dass ich 119 Reliquien drin habe. Puh. Ja, das ist die Zeitdarstellung. Die funktioniert hier auch nicht mehr richtig, weil das sind ja 15 Stunden, aber wir haben ja hier schon Büpp und Welten mehr. Das müsste ja eigentlich, dieses Diagramm, immer schmaler nach hier hinten werden. Und das hier müsste immer größer werden. Was diese obere Zahl soll, äh, steht da auch nicht. Es ist irgendwie seltsam. Na, ich geh' jetzt zurück zum Hauptmenü, werd' das Spiel gleich erstmal beendet, damit er sich nochmal synkt, ähm, mit der Cloud von Steam. Ich danke fürs Zuschauen und ich hatt' euch auf dem Laufenden. Bis dann, tschö tschö.